Drei Von Dach nach Dach Den ist er schon mal gesprungen und ist richtig gecrashed Keinerlei Besserung in Sicht Da schwemmt es alles weg Können wir machen? Ja Was ist das? Wir sind in der Mitte der Morgen Es ist 9 Uhr Wir warten an Hanneshorn und Berger Sieh ich halt Berger Gib ihm nach So, hopp im Baumarkt Echt? Wir haben uns extra ein Hotel nehmen im Baumarkt gemietet Willkommen zurück im Baumarkt Wie oft sind wir jetzt schon los? Ja Ruhmestiefel Diese Das brauchen wir nicht Ja Von überall Da kriegst du keine Luft mehr da runter Nehmen wir 2 Meter? Vielleicht noch einen Helden Let's go Na ja 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 Wir sind gerade In den Black Hills in Südfrankreich Für das Videoprojekt halt Für GTB Und ja hier ist ein Sprung Ich zeig euch den mal Den will Fabio Morgen springen Den ist er schon mal gesprungen Und ist richtig gecrashed Überall Blut Überall Offen Komplett weggetreten Hannes und Fabio sind da oben Und schmeißen gerade Steine runter Die wir brauchen Um diesen Sprung noch zu verlängern Weil das Problem beim ersten Mal war Dass der Sprung einfach zu kurz war Und zu doll gekickt hat Und deswegen ist Fabio ziemlich nosedive da drüben Ist 20 Meter weiter gekommen Und das wollen wir jetzt vermeiden Genau Deswegen sammeln wir gerade Steine Packen die hier hin Und bauen den Sprung so quasi wieder auf Und dann Ja Wird der Herr Wiedmer hoffentlich Darüber fliehen So jetzt würde ich mal sagen Wir gehen mal hoch Und gucken uns mal an Was die da machen Wir brauchen einen Post an der richtigen Szene Na dann Flaggen wir einen Stein Ah ja 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 In der Ein bisschen was noch, oder? Von da nach da Eigentlich sehr hart, ja? Jeder Sonnt ist eigentlich ein Stein Ja, so ist es eigentlich echt hart Raus! Ja, dann machen wir so an dich Das Gute ist, es ist keinerlei Besserung in Sicht Süß hat's Ja, morgen wird's nix Ja, jetzt auch Sonst Ich denke, morgen am Viertag wieder auferlegen Es wird echt interessant, wie sich das ausgeht mit dem Wetter hier Das Problem ist halt auch, das Schwemm soll alles weg Wenn wir morgen in der Früh das fertig bauen und es kommt wieder kompletter Regen Da schwemmt's alles weg Fuck, Alter Oh, jetzt echt ein bisschen Pech gekriegt Wir haben jetzt auch April Pech mit dem Projekt Mit vielen Sachen Wir filmen an so vielen Tagen vom Jahr, da ist natürlich klar dass so viele Tage haben wir nicht geil sein Ja, das stimmt Guck mal, was wir gebaut haben Guck dir das mal an, hier im Bad In der Vorrichtung, die transportiert die warme Luft von innen Von innen nach außen Na da, guck's dir an Also wir haben ein Ohr, sauber macht Ding und ein Bande Und jetzt transportiert's die warme Luft Weil da drin gibt's ein Ding, ich bin am Einschalten Transportiert's jetzt, das Schirm und so ein Spalt nach außen Aber warum habt's dir da nichts hinfängt an die Heizung Ja, soweit waren wir nicht Ja, jetzt hier mal duschen und dann kommt's mir bis zum nächsten Mal Hallo Ich bin der Hanschausdorler Bist du der Magazinär? Ja Es war hochgeil auf die Baustelle in der Früh Ich bin zünn Da braucht der Stichsack Ja, ich möchte mich daheim nehmen Nein, nein Hannes von seinen alten Baustellenzeiten Ja, das war aber cool Viel Blödsinn gemacht? Ja schon Was war's härtest du? Ich hoffe, dass ich jetzt kein ehemaliger Bauleiter oder so Und wir haben echt mal eine dickse kleine Luft gesprengt Wir haben mal gesagt, dass ist einer mit dem Catenbagger die String gefahren Ja, eh hart Eigentlich tut man's sowas eh nicht Oh nein Das war ja aus Versehen Wann vergleich, das ist der schon echt brutal Also brutal skieren Ja da steckt jetzt schon bisschen was an Arbeit drin Passt Haben wir ab Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020